Nach 27 Jahren gibt Detlef Müller bei IMM die Unternehmensverantwortung ab. Mit Unterzeichnung eines neuen Geschäftsverteilungsplanes übergab der Firmengründer und bisherige CEO der IMM Electronics GmbH, Prof. Detlef Müller, die Hauptgeschäftsführung zum 1. Mai an den langjährigen IMM-Firmenleiter Mirko Allert. Laut Angabe des Unternehmens wurde der Führungswechsel über einen Zeitraum von zwei Jahren durch die Geschäftsführung vorbereitet. Neben Prokurist René Inder-Strott gehört auch Detlef Müller zum Führungsteam um Mirko Allert. Als geschäftsführender Gesellschafter wird er sich in Zukunft aus dem Geschäftsbetrieb weiter zurückziehen und langfristige strategische Aufgaben übernehmen. Für das laufende Geschäftsjahr geht die IMM-Geschäftsführung bei einem geplanten Jahresumsatz von 16,75 Millionen Euro von einer Steigerung des Gesamtumsatzes im Vorjahresvergleich aus. Veränderungen in den Vertriebsstrukturen von Partnern am Markt hatten zu Einbrüchen im Geschäftsfeld Medientechnik geführt. Dies konnte durch ein deutliches Wachstum im Geschäftsfeld Technikautomation durch Auf- und Ausbau von Neukundenbeziehungen und eines eigenen Marketingbereiches kompensiert werden. Nach wie vor ist das Geschäftsfeld Medientechnik mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent der umsatzstärkste Bereich teilte das Unternehmen mit.